So, Slenderman Round Lars. Ich hab das total kein Bock zu spielen. Und ja. Danach ist Jan nochmal dran. Werde ich nicht vergessen. So, sag mein Name. Alex. Also, um nochmal klarzustellen. Derjenige, der hier gerade spielt, das ist unser Pro, das ist der Lars, ja. Ich sitze links neben dem, halt schön die Augen offen und bin sein Tor ist an der Not. Also, das heißt, dass seine Psyche hier bei den ersten fünf Minuten abkacken wird. Oh ja, ich hab keine Lust. Der Alex hat schon den Raum auf... Alex liegt gerade schon irgendwie im Bett, trinkt Wasser gerade, sehr viel. Und ja, der hatte gerade eben schon das Vergnügen gehabt. Ja, die haben wir gesehen. Dieses unglaublich uninteressante Spiel zu spielen. Ich meine, ja, also das hat überhaupt keine Spannung und so. Und du hast überhaupt keine Angst, dass man hier irgendwie von so einem ekelhaften Vieh, das irgendwie ziemlich scheiße aussieht, irgendwie... Ja, wird. ...einen auf die Zwölf kriegt. Tja, auf die Zwölf. Ja, das Ding ist nämlich scheiße und das ist ziemlich unfair. Man hat hier keinen God-Mode. Der läuft hier durch den Wald, ja. So, ich hoffe, ich... Mit einer Taschenlampe. Und der muss irgendwie acht Zettel finden. Wenn er die findet, ja, dann hat der hier... Ah, der Glück, dann ist der weg. Dann hat der Slenderman ihn nicht gekriegt, ja. Aber... Aber wenn der Slenderman sich... Ja, dann gibt das immer so schöne, netze Geräusche, die einen unglaublich beruhigen, ja. Also das Spiel ist ja selbst schon sehr beruhigend, aber diese Geräusche, also es ist fast wie so, äh, wie so mit Chill-Out-Louch, ne. Die Kika Chill-Out-Louch. Chill-Out and Drop-Off. Ja, mit Chill-Out-Code-Bahn. Ja, das ist also nicht ganz so, ne. Also ganz so gechillt ist es dann doch wieder nicht. Flacker, flacker, flacker. Aber... Ja, da solltest du vielleicht unterbinden. Ja, das ist ja auch kein Leben. Pass auf. Nur so, ähm... Man kann vielleicht einige Parallelen entdecken aus den vorherigen Slendern im Video, dass der Wetter Lars nicht so doof wie der Alex war und er hinter dir gefunden hat. Ja, dazu muss man noch hinzufügen, dass er eine extrem eingeschränkte Sicht hat. Man muss hinzufügen, dass die Sicht nicht nur extrem ist, sondern sehr extrem ist. Und, oh, jetzt kommt der auf. Und, äh, ja... Ich hab jetzt schon Herzklopfen. Lars, ich muss dich mal kurz mit ansprechen. Ach du Scheiß. Äh, der Puls, äh, das hört sich so an, ob seine Birne gerade im Dreivierteltakt, äh, agiert. Ähm, ja... Hier bin ich ein Gummibärchenfläche. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass der Lars gerade sehr schweigsam geworden ist. Ja, ich bin gerade etwas... Ich hab das Gefühl, dass der Lars gerade jetzt in der Psyche etwas abmachen muss. Ja, ähm... Wie man sagt, der Slenderman ist nicht ganz so nett. Also... Man hört schon die Schritte. Jetzt, jetzt... Also der Typ ist schon... Der Typ ist schon ziemlich assig. Also... Muss er das aufreißen? Da ist ein ganz netter Wisch. Da stehen immer so unglaublich motivierende Sprüche drauf. Wie, dreh dich nicht, und... Lieb mir, oder lass mich alleine. Oder du bist tot, oder so. Also unglaublich motivierend. Man hat direkt Bock, sich für den nächsten Zug zu werfen. Na ja... Aber muss sein. Muss sein. Ich hab sowas von keine Lust. Aber weißt ja, Leute, das ist auch so schön, weil wir gerade alles schön laut haben. Bloß Bass und so. Und diese Schritte sind nicht schön. Nein, die sind ehrlich gesagt nicht schön. Das ist mehr so wie eine Wild geworden. Nee, ja, einfach nur Tiere. Ja, weißt ja, alles mit Wild. Da, da, äh... Und wir haben so ein Glas hier, dessen Puls gerade mit einem, ja, mit dem Puls eines Wildschweines zu vergleichen ist. Das hört sich nämlich ungefähr so an. Sein Puls. Ja, ich bin natürlich noch so schlau und spiel noch mit der Lampe rum. Also ich könnte... Ja, das ist natürlich jetzt dein persönliches Pech. Also die Spannung ist hier, ist jetzt sehr hoch. Wie so ein Krokodil-Druck im Lüberspiel LSD. Das ist ja gleich. Ja, vielleicht kennt ihr das bei Mario vorbei. Oh, 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 jetzt rennen. Ja, mach mal ganz schnell einen Abgang hier, sonst bist du nämlich gleich ex. Also von daher. Das ist ungefähr so genauso auf LSD hier gerade. wie der König Buchen bei Mario Kartini. Also wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt aber immer so viele Zettel finde, ich hab grad extrem viel Glück. Dann weiter, dann weiter, dann weiter. Ja, also wie gesagt, diese wunderbaren, die hier hat ein Zettel. Lauf, du schlau, lauf! Der kann echt nicht schneller, oder? Nein! Der kapiert nicht. Der kapiert nicht, dass er sterben wird. Es macht sehr viel Spaß, vor allem bei der LSD. Ja, mein Puls ist schon wieder angestiegen. Wir sind zwar ganz langsam für einen Nasspuls. Ich mein, mein Hut den hatte. Ich mein, mein Hut den hat von Slemme, ja? Nein, das ist der App von Mann selber. Ja, aber, äh, man muss genau hören. Man wird neben den bestimmten, von denen wir gebrauchen hatten. Also ich sag's mal ganz klar heraus. Der Lars wird gleich verrecken. Ja, der hat einfach die Flatter. Haus vorbei. Er wird ex sein. Schwuppdiwupp weg von der Bildfläche verputzt, ja? Das ist halt bei den Lüften. Er hat die Chance auf dieser Welt gehabt und hat sie nicht genutzt. Wobei, erst mal die Frage, wenn wir zu klären, ist, wie ist so eine Lebensmüde, ja? Wenn so eine Lebensmüde Person es überhaupt schafft, in so einen Wald zu gelangen, mit so einem hässlichen Vieh hinter einem her, ja? Also muss man doch schon irgendwie, ja, vom Leben enttäuscht worden sein, ne? Um in so eine verfängliche Situation zu geraten. Da ist auch ein Zettel dran, hab ich gehört. Internet. Hm. Ah. Ja, also. Ah! Boah, der ist schnell, wenn... Oh Gott! Ja, jetzt zur Info. Wir haben die grad eben gesehen. Deshalb... Ah. Wer las hier hin? Äh. Du mal hältst schön die Augen offen, mein Freund. Ich halt die Augen offen, ich muss mich gar so kratzen. Also es ist echt so, ne? Es ist kein Scherz. Wenn man hier länger sitzt und man hört diesen ekelhaften Typen, und, äh, man hält einfach die Augen zu. Man kann das nicht wieder ansehen. Also es ist... Also ganz ehrlich, wenn der gleich kommt, mach ich das Licht aus und guck nach unten. Wenn ich ihn nicht sehe, kann er mich auch nicht sehen. Meine Taktik. Äh, ja! Du hast keine Augen, was? Wie man sieht, ist meine rechte Hand schon etwas wackelig. Nein, nein, Quatsch. Die ist nicht wackelig. Die ist, äh, lasst die Ruhe in Person an. Man sieht sowieso, ja. Ja, die hat zur Info noch. Das Spiel wirkt wie lebensechter, wenn ihr dann noch die Vorhänge so passt. Spencer zieht alle Lichter aus, man. Ja, das hat dann so eine schöne Gothic-Atmosphäre. Wir werden gerade von Gothic-Atmosphäre. Oder ASP. So. Ähm, ja. Man mag ASP. Boah, wie sehr ich. Ja, ich war von diesem Spiel auch nicht wirklich überzeugt, also... Ich hab mir das auch untergeladen. Äh, und ich wär beim ersten Spielen schon... Ja, also... Ja, man sagt es doch so schön. Man nennt das, äh... Ich glaub, man... Das heißt, man verrickt dann. Ja. Also meine Psyche hat sich dann schon mal nach den ersten fünf Sekunden verabschiedet. Sein Herzschrank wurde so hoch wie... Na, ich kann's nicht beschreiben. Ja. Ist voll gleichbar wie... Der Herr hat wie man gelassen, seinen Körper angehalten, und wer ist zappert. Komm's, Lenders, 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 Lenders... Aber man ist doch... Lenders, 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 Lenders... Also dieses Gefühl, dass du auch mal gerade einen gigantischen Stuhlgang hättest. Und wer sich jetzt fragt, wieso wir das überhaupt spielen, wenn wir das spielen... Wir sind verrückt. Wir haben ordentlich einander Waffe, kann man auch so sagen. Also uns hat man als Kind mal ordentlich auf die Birne gezwebelt. Vielleicht passt es gerade nicht einfach so rein, aber vielleicht kommen auch bald ein paar LOL-Videos. Ne, Alex? Genau. Jo. Können wir es schaffen, dass es nicht mehr laggt. Badumix. Was für ein Video? Also irgendwas, voll in den Thrive? Ja. Von einem anderen Spiel. Von welchem? Oh Gott, soll ich mich mal umdrehen? Nein, würde ich nicht machen. Schade. Ich lenke dich ab, von welchem Artur. Loll. Ist das vielleicht so? Ja, damit habe ich irgendwie so alles gut zu tun. Ja, ist mir schon klar. Ja, ja. Aber Lars, kann sein Tränen werden zu da. Ja, ich will nicht. Ist doch schön. Ist doch ein schöner, ruhiger Wald. Ja, langsam müssen wir auch irgendwo anders hin. Keine Fliegen oder so. Und dieses unglaublich schöne Geräusch im Hintergrund. Man weiß so einfach, man fühlt sich so sicher hier im Wald. Ja, das ist einfach so. Ja, das ist so schön. Wie groß kämpf ich denn bei dem bösen Wolf? Also nur zur Info. Ich habe zugehört, dass man Burn-In-Drift speziell nicht gefunden hat. Schon fast dann. Das war ja gut. Sau, Mann. Was, was redest du denn? Wir sind hier nicht bei Hell der Dinge. Egal. Oh, ich will nicht. Machen wir ja nicht, ich will ja das sehen. Lash wird bald ein Korpus Delicti sein. Jemand so schön richtig gezielt. Oh, Gott. Oh, da ist noch der Kass. Ich will nicht rein! Nein, 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 nein! Ich will nicht... Der wird dann hier sein, Mann, der wird hier sein. Echt? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich will nicht gucken. Was ist da rein? Goh, goh, sa, do, do, do. Aber wir machen ja keine Währung für Powerwall! Tut mir leid... Das geht doch nicht. Das ist schon längst eingesammelt, das ist der Drehbuch. Keine Ahnung, ich will das gar nicht wissen. Ach Gott... Mein Puls steigt gerade wieder an, er war gerade immer ziemlich beruhigt. Alter, der lässt sich da gerade zurück? ist mir scheißegal, ich will nicht. Ich habe das Gefühl, dass unser Lars die Chance hat, dass er das hier so verschafft. Ich will es nicht schaffen. Wenn ich hier aus dem Wald rauskommen würde, würde ich stundenlang, bzw. was für Stunden, ich würde den Rest meines ganzen Lebens auf dem Sofa sitzen und einfach nur denken, was ist damals passiert, als ich ein Kind war. Ja, dann würde sich Lars so durchharzen. Für alle, die das Spiel jetzt nix ist, rate ich, spielt Hello Kitty, der große Inselspass. Ja, das ist ganz toll, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Das ist wirklich genauso. Das ist dann ein viel besseres Kalibar, als für dieses Spiel. Also das ist auch so anspruchsvoll, ja. Natürlich möchte ich nicht sagen, dass das Spiel irgendwie anspruchsvoll zu einer Steuerung her oder so, nein. So, psychisch. Du bist einfach bei diesem Spiel, oh, ja, das ist glaube ich jetzt nicht so praktisch, wenn er da reingeht. Hallo, warum? Er kann da reingehen. Er kann da reingehen, aber er kann es nur einmal machen. Natürlich geht es an die Möglichkeit, dass, wenn er sich umdreht, der Typ klar ist. Natürlich ist da ein Zettel drin, bestimmt. Anje. Doch, maus. Wenn nicht, dann ist das ein Zettel drin. Und, 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 da ist ein Zettel drin. Fünf von acht, jetzt geht's. Lars wird jetzt gleich ganz schnell sterben. Ich will da was klauen. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Du bist tot, lass, Tabakka, ist flackern. Ja, und so ein Info für alle, die es jetzt nicht gemerkt haben, ist, die Musik ist lauter geworden. Man hört schon den Atem von dem Schneider, meine ich so viel Laute halt. Man hört vor allen Dingen gerade, dass man, dass man, dass ein letztes Stundlein gerade geschlagen hat. Wegen so'n schönen, was die wir so angeschaut haben, wie sagt man denn eigentlich, da wird geschaut? Also, mein Puls, der denkt sich gerade, fahren wir mal ein bisschen Achterbahn, um irgendwie mal Lars zu ärgern. Das kann ich nur bestätigen. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Das ist das größte, aber. Das wäre jetzt eine geileste Szene, wenn der jetzt direkt vor dem stehen würde. Ja, aber, 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 nein, nein, das, das wäre zu einfach, wenn der zu dem vor dem stehen würde, ja. Das muss doch irgendwie so'n besonderen Flair haben, das muss doch hinter ihm sein, ja. Der muss nicht umdrehen. Der muss ihm quasi nur um seine Gedanken hauchen. Ja, wenn er sich jetzt umdreht, dann hat er die Flatter gemacht, dann ist der weg vom Trinster. Ausliegen, vorbei. Oh, scheiße. Scheiße, ich hab's doch gesagt, ey. Ich hab's gesagt. Ja, dann mach die Flatter. Scheiße. Oh, Liga. Heilige Mutter Gottes, du bist das genau an der Höse. Oh, mein Gott. Oh, Hilfe. Ich hab's ehrlich gesagt gewusst. Alter, fuhl mal. Oh, ich hab's ehrlich. Ich hab's gewusst, ey, Leute. Das ist... Oh, Alter, fühl den mal an. Ja, Alter, das war schon eine ganz nette Situation. Oh, Gott. Zur Info für alle. Wir alle haben uns da schreckt. Wir alle gleichzeitig. Und der war wirklich direkt hinter ihm. Ich hab's gewusst. Ich hab's gesagt, dreh dich nicht um. Okay, dann bin ich jetzt weg und gleich ist Jan dran. Ja, juhu. Bis später. Hohe Botschaft.